Herr von Thun, sind Sie traurig, dass Sie nicht nominiert sind heute Abend? Nein, wieso? Man möchte das doch immer sein. Als Schauspieler möchte man noch nominiert sein. Als Schauspieler möchte man gestreichelt werden, geliebt werden, gemocht werden. So ist es. Aber als Schauspieler hat man auch gern, wenn man andere loben und lieben und streicheln kann. Wen loben Sie denn heute Abend? Das werden Sie sehen. Da bin ich gespannt. Viel Spaß. Das werden Sie sehen.